Zu uns kommen The Queen's Color Squadron der Royal Air Force unter dem Kommando von Flight Sergeant Chris Mears und das Drillteam der 7. Kompanie des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung unter der Leitung von Hauptfeldwebel Ronny Kluge. Musik 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 Hilo! Hilo! Mark Tide! Mark Tide! Mark Tide! Hilo! Mark Tide! Applaus 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 Erzieren auf höchstem Niveau. Solche Show-Elemente gehören natürlich nicht zu den Standardaufgaben des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung. Aber sie glauben nicht, wie sich diese jungen Wehrpflichtigen auf das Militärmusikfest und auf den Applaus freuen. Dabei zu sein, das ist ihr großes Ziel und was sie leisten können, das haben sie unter Beweis gestellt. Sie brauchen sich hinter den Profis nicht zu verstecken.